Hallo, ich bin Erich Strasser von OLED.at und heute präsentiere ich euch das weltgrößte OLED-Pandle der Welt von LG Display. Das 15 Zoll OLED-Pandle hat eine HD-Radio-Auflösung bei einem Kontrast von 10 Millionen zu 1 und einer Reaktionszeit von 0,02 Millisekunden. Die Produktbezeichnung von LG ist 15EL9500. So, schauen wir mal in die Verpackung. Wie man sieht ist das Beinhaus sehr sehr dünn, nämlich nur 3,2 Millimeter. Schauen wir auf die Anschlüsse. Wir haben HDMI-Eingang, USB-Eingang, T-Power und für die Antenne gibt es einen Konverter. Und auf der anderen Seite ist das Menü ähnlich wie bei der Fernbedienung. Heute will ich auch noch einen Vergleich zwischen OLED und LCD-DFD-Technologie präsentieren.